die dhv news vom 8 september 2023 deutschland ist bereit geliebter zeitplan realistisch mit freundlicher unterstützung von awai medical drehhandel und c24 herzlich willkommen bei den dhv news ich fange an mit einem kleinen nachtrag von der letzten woche da hatte ich ja über diverse merkwürdige äußerungen von parteien berichtet hier und bei den grünen war es jetzt so die haben tatsächlich den text auf der homepage grüne de geändert da hatte ich erzählt dass sie einen positiven bezug zu den abstandsregelungen hatten wo die geschrieben haben ja 200 meter abstandsregelung von kinder und jugendeinrichtungen müssen die clubs einhalten und das ist eine ausgewogene balance zwischen individueller freiheit und öffentlicher fürsorge und dieser positive bezug auf die 200 meter abstandsregelung ist jetzt raus nach unseren protesten in der letzten woche und nachdem auch kirsten kappert-gonter aus der grünen fraktion noch mal klargestellt hat dass sie gegen diese abstandsregelungen ist hat die partei im prinzip nachgezogen das online team da sozusagen haben die halten relationellen fehler gemacht und diese passage davon irgendwo her mit übernommen aber die grünen haben gesagt ja tatsächlich passt nicht zu unserer programmatik nehmen wir raus den satz wunderbar grüne soweit schöne klarstellung während die cdu ihren merkwürdigen text immer noch auf der seite hat der sich positiv auf die entkriminalisierung bezieht wo es heißt der besitz von bis zu spektakulären 25 gramm soll zur ordnungswidrigkeit herabgestuft werden allerdings auch modell portugal mit zwangsberatung sozusagen plus bei wiederholungstätern führerschein entzug aber auch nur bußgelder dann bei wiederholungstätern von 50 bis 100 euro was natürlich auch ein einigermaßen niedriger wert ist ja also sind schon ein paar interessante details aber trotzdem ja ich habe auf der dhv seite zum einen artikel den ich euch anbieten kann der die ganze geschichte noch mal auseinanderdröselt mit der cdu dann auch die beschlüsse die dann nachgekommen sind nach diesem text mit der herabstufung zur ordnungswidrigkeit da gibt es noch einen vorstandsbeschluss jetzt der cdu und dazu noch ein artikel und so weiter und ich sage alle überhaupt keine kompromissbereitschaft bei der liberalisierung im cannabis recht ja wir sind hardcore mäßige repressionisten und sollen auch bleiben und die ampel gefährdet die jugend und blablabla also von daher war das irgendwie ein irrläufer dieser text mit der entkriminalisierung ja die cdu will davon nichts wissen guckt euch den text ruhig noch mal an auf der dhv homepage auf der link ist auch hier in der video beschreibung aber ja das ist irgendwie ein fake news gewesen trotzdem die cdu lässt das auf ihrer seite hat es nicht gelöscht warum auch immer die jetzt da so eine merkwürdige formulierung stehen haben wollen die nichts mit ihrer programmatik zu tun hat so deutschland ist bereit die sommerpause ist vorbei das merken wir jetzt aber tatsächlich weniger jedenfalls bei unserem thema weniger im bundestag die sind jetzt erstmal mit haushaltsberatung beschäftigt und was kann da bis legalisierungsgesetz nummer eins angeht oder entkriminalisierungsgesetz muss der bundestag sowieso auf den bundesrat warten bis ende september hat der bundesrat noch die frist laufen zur möglichen stellungnahme wo ich nicht davon ausgehe dass die kommt ja aber bis dahin muss der bundestag halt die füße still halten aber wir merken das ende der sommerpause auch in den kommunen und das war diese woche besonders auffällig ja die zeitungen waren voll mit berichten über städte die zum modellprojekt kommunen für die legale cannabis abgabe werden wollen obwohl es dazu ja noch gar keinen gesetzentwurf gibt und sie waren voll mit berichten über cannabis anbau clubs die pilze aus dem boden schießen überall gibt es neue anbau clubs die viel zulauf haben und so weiter obwohl auch da das gesetz eben natürlich noch nicht beschlossen ist und auch noch große änderungen erfahren könnte hat kann also sein dass so wie die es jetzt gerade vorstellen gar nicht funktioniert oder so wie auch sie gründen sich jedenfalls alles schon mal wie wild und davon sind die zeitungen voll gewesen beispiel beispiele bringe ich mal überschriften der letzten tage cannabis social club in lage gründet cannabis legalisierung in deutschland neukölln will modellregion werden wachsendes interesse an cannabis modellkommunen in bielefeld cannabis clubs sind bereit legalisierung soll 2024 kommen thema spaltet die politik wird düsseldorf modellregion für legalen cannabis konsum neugründung auch in mainz cannabis club in wiesbaden boomt cannabis legalisierung in dortmund wie steht es um den plan modellregion zu werden kiffer boom in karlsruhe was sich die mitglieder im cannabis social club erhoffen also das klingt sehr macht sehr den eindruck ja deutschland ist bereit für die legalisierung ja die warten alle nur darauf dass jetzt endlich mal die diversen gesetze da um die ecke kommen und sie dann endlich loslegen können ja aber ganz deutschland nein natürlich nicht die cdu und csu sind weiterhin dagegen ja habe ich ja gerade schon mal gesagt und die bestätigen das auch immer wieder und in der letzten woche war es vor allen dingen der nrw gesundheitsminister laumann der per dpa meldung sind mal gegen die ganzen liberalisierung schritte ausgesprochen hat nachdem eben auch viele seiner städte in nrw gerade über diese modellregion sache diskutieren und die überschrift dazu lautet köln zeigte interesse laumann lehnt cannabis modell kommunen nrw ab und die csu die hat jetzt einen eigenen präventionsbeauftragten benannt ja der jetzt in der schule da irgendwie prävention klar machen soll und so und der steht natürlich stramm zur parteilinie haben sie also noch ein sprachrohr mehr zum meckern über die bundes cannabis politik und hole check hat auch wie wie eigentlich immer gerade eine pm rausgegeben zum thema und der professor romanos der präventionsbeauftragte warnte zugleich vor den risiken der pläne der bundesregierung für eine legalisierung von cannabis naja also in bayern ist die welt noch wie immer sozusagen jedenfalls bei der bayerischen regierung ja zum rest von bayern komme ich später noch mal mit einer anderen geschichte zum zeitplan es gibt einen geleakten zeitplan sozusagen vom redakteur masso suliak von der lto online der gräbt immer interessante sachen aus und hat jetzt einen zeitplan veröffentlicht den er wohl aus einem pgf büro hat hat er getwittert das wird der also die parlamentarische geschäftsführung einer einer der fraktionen sein und dieser zeitplan zeigt wie zumindest theoretisch die möglichkeit noch besteht dass das gesetz tatsächlich noch in diesem jahr verabschiedet wird ich glaube ich habe ja schon ein paar mal durchblicken lassen dass ich da etwas skeptisch bin ja dass das sehr ambitioniert ist bis zum ende des jahres fertig zu werden und auch fragwürdig aber der erste schritt in diesem zeitplan ist erstmal realistisch nämlich die einbringung des gesetzes in den bundestag am 12 oktober das ist realistisch hat ja schon gesagt vor ende september geht sowieso nicht und dann ist auch die nächste sitzungswoche eben auch nicht sofort am ersten oktober sozusagen also 12 oktober einbringung das wird vermutlich so sein aber schon am 16 november müsste dann im bundestag die endabstimmung stattfinden das ist sehr wenig zeit und man fragt sich warum ja zum jahresende ist ja noch ein bisschen mehr zeit aber das muss so früh passieren weil der bundesrat noch ein zweites mal angehört wird jetzt gerade läuft die erste anhörungsphase vor bevor der bundestag sich damit befasst und nachdem der bundestag fertig ist geht es nochmal zum bundesrat der kann kein veto einlegen jedenfalls die bundesregierung davon überzeugt ist kein zustimmungsgesetz aber kann halt ein statement abgeben wenn er will die frist dafür ist beim zweiten mal zum glück kürzer also nur drei wochen hat der bundesrat dann zeit bei der ersten runde hat er sechs wochen zeit die jetzt gerade ablaufen aber damit dass dann eben noch genug zeit ist damit der bundesrat in seiner letzten sitzung am 15 dezember abstimmen kann oder eben ja keine auch bestimmten beschließen kann kein kein statement abzugeben deswegen muss im prinzip der bundestag so früh fertig sein also fazit des ganzen wenn es der bundestag schafft das gesetz in nur fünf wochen komplett fertig zu beraten ist ein inkrafttreten ab 1.1.24 möglich aber das halt schon etwas theoretischer zumal ja die fraktionen umfangreiche änderungswünsche haben und angekündigt haben besonders die fdp hört es so an dass die wirklich das gesetz sehr grundlegend überarbeiten wollen und das bürokratie monster regelregelungsirrsinn rausfiltern und so weiter ja also die wollen da richtig irgendwie mit der axt ran und das ist vermutlich ein vorgang der innerhalb von fünf wochen sehr sehr ambitioniert ist sag ich mal andererseits hat das gesetz das ja auch nötig ja wir sagen ja auch die ganze zeit irgendwie was noch alles geändert werden muss und da stehen halt wirklich auch irrsinnige sachen drin ja wo man bis jetzt uns die zähne ausgebissen haben am lauterbach und jetzt natürlich hoffen dass die fraktionen da noch einiges wieder reparieren ein unsinn der darin steht und die müssen jetzt also erstmal jetzt sich selbst bei allen möglichen details einigen die fraktionen was bis jetzt vermutlich nicht großartig passiert ist weil der kabinettsentwurf um den es ja jetzt wirklich geht um den jetzt tatsächlich beraten der ist ja erst in der sommerpause eingebracht worden die hatten also gar keine zeit großartig sich darüber zu unterhalten und dann wenn sie eine fraktionslinie haben müssen die auch noch mit den ampelkollegen irgendwie abstimmen ja vielleicht schreiten sie auch öffentlich noch ein bisschen oder so mal gucken die drogenpolitik haben das bis jetzt ganz gut vermieden aber jetzt ist die gesamten fraktionen ja mal gucken was das noch für eine dynamik dann hat ob es jetzt möglich sein wird gleichzeitig gründlich und schnell zu arbeiten da bin ich sehr gespannt ja ich lasse mich da gerne positiv überraschen ich habe schon ein paar mal mich skeptisch gezeigt bei deadlines die dann doch irgendwie auf hängen und würgen eingehalten wurden von lauter wach jedenfalls einigermaßen und wenn es dann nur ein halbfertiges werk war ja aber hat zumindest die deadline eingehalten mal sehen wie das jetzt hier läuft aber ja wie gesagt mit ein paar änderungen kann man also muss man die müssen wir haben sozusagen ja und im zweifelsfall dann lieber noch einen monat länger debattieren als hat man da noch strafen bußgelder von 100.000 euro fürs kiffen an der falschen stelle drin stehen hat oder eine gefängnisstrafe von bis zu drei jahren für eine pflanze zu viel oder so ja das sind so sachen das geht halt gar nicht und da müssen wir noch mal drüber reden so ja aber bleibt spannend diese frage alle drei minuten wird in deutschland ein strafverfahren gegen cannabis konsumenten eingeleitet das sind laut polizeilicher kriminalstatistik über 174.000 pro jahr du findest das auch sinnlos und willst das verbot endlich beenden wir kämpfen dafür und brauchen dich hilf jetzt mit deiner spende oder mitgliedschaft und mach mit uns legalisierung möglich für nur fünf euro pro monat einfach online anmelden unter handverband de schluss mit krimi cannabis normal die stadt frankfurt spielt immer wieder eine drogenpolitische vorreiterrolle also schon seit jahrzehnten im grunde zum beispiel auch ein beispiel aus jüngerer zeit ist eine anlaufstelle für cannabis als medizin sowohl für patienten als auch für ärzte wo halt alle möglichen fragen beantwortet werden in welchen fällen kommt es überhaupt in frage wie geht das mit den krankenkassen wo finde ich den arzt und so weiter und so fort und jetzt ist frankfurt noch mal vorreiter weil sie diese anstehenden reformen die sich abzeichnen auf bundesebene mit einer befragung der bürger vorbereitet hat keine andere stadt hat es gemacht sozusagen weil das wird massive auswirkungen auf unsere kommune haben diese neue cannabis politik und wir wollen uns darauf vorbereiten und dafür fangen wir erstmal die meinung der bürger ein wieder zu stehen und ja insofern eigentlich eine gute sache und diese ergebnisse dieser befragung sollten vor einer weile schon mal vorgestellt werden die sind aber dann sabotiert worden sozusagen von der sogenannten roten kiefer fraktion die dann irgendwelche gefälschten zettel damit eingebracht haben in diese umfrage und dann bekennervideo gebracht haben und so ich verlinke euch hier mal die entsprechende dihv news folge dann könnt ihr euch das da noch mal angucken aber diese ergebnisse wurden halt bereinigt die gefälschten zettel wurden rausgefischt und jetzt wurden die offiziellen ergebnisse vorgestellt 10.000 zufällig ausgesuchte bürger hat frankfurt angeschrieben 27,3 prozent haben sich beteiligt also 2730 einwohner relativ leicht zu berechnen gute rücklaufquote tatsächlich für so eine umfrage und die haben auch nach der meinung zur legalisierung gefragt wäre vielleicht das unbedingt nötig gewesen ist auch kritisiert worden da von der roten kiefer fraktion irgendwelchen journalisten oder was ja das ist ja ein bundespolitisches thema warum fragt überhaupt die stadt danach aber ist ja so zur grundeinstellung wie stehen leute dazu sind die skeptisch oder nicht kann man machen wenn man sowieso eine umfrage startet 65,8 prozent der befragten haben sich für die legalisierung von cannabis ausgesprochen und die zustimmung war am größten bei leuten mit abitur 70,1 prozent für legalisierung bei jungen leuten die 25 bis 34 jährigen waren zu 78,2 prozent für legalisierung muss man sich mal reintun ja fast 80 prozent bei den 25 bis 34 jährigen das ist ja im prinzip durch das thema aber auch bei den älteren 65 bis 79 jährigen also rentner bis ins betagte alter haben noch 52,1 prozent für legalisierung gestimmt in dem fall gut kann auch sein natürlich befürworter eher an der umfrage teilgenommen haben als andere ja das darf man auch nicht überbewerten aber trotzdem schöne zahlen was jetzt frankfurt spezifischer ist die akzeptanz des hilfesystems ist sehr hoch also ungefähr 90 prozent der leute befürworten schulische prävention ab klasse 7 nur umge auch ungefähr 90 prozent der leute würden selbst zu einer drogenberatungsstelle in frankfurt gehen wenn sie ein cannabis problem haben und würden das auch freunden empfehlen aber nur 55 prozent ungefähr wissen konkret wo sie in frankfurt dann so eine drogenberatungsstelle finden und daraus schließt halt die stadt dass da noch mal mehr werbung gemacht werden muss der bekanntheitsgrad der beratungsstellen erhöht werden muss also das immer wirklich bei konkreten ergebnissen was die stadt tun will noch irgendwie als ergebnis dieser umfrage um sich gut vorzubereiten auf legales cannabis von einem großen anstieg des konsums geht man übrigens nicht aus danach wurden die leute auch gefragt wird gehst du davon aus dass dein konsumverhalten sich irgendwie ändert durch eine andere gesetzgebung und die meisten gehen halt davon aus da wird sich nichts ändern also drei prozent von denen die sehr lange nicht konsumiert haben meinten sie würden dann vielleicht mal probieren so ein effekt den man kann da auch sehen die silver ager die älteren leute die lange nichts mehr damit zu tun hatten und auch noch nie die dann mal probieren gehen ja aber das ist ja nicht die risikogruppe die dann irgendwie fürchterlich anfängt zu kiffen und die jüngeren ja da tut es dann sowieso nicht mehr viel da irgendwie am konsumverhalten auch die meisten konsumieren halt nicht da sind nicht konsumenten und haben gesagt für uns auch bleiben wollen und trotzdem die legalisierung befürworten mehr infos dazu in der video beschreibung da findet ihr noch mal einen link zu dieser ganzen umfrage da gibt es auch einen kurz bericht und ausführlichen bericht über die fragung ausführlicher glaube ich 80 seiten oder so unglaublich die sind natürlich auch nicht alle gelesen aber vielleicht hat ja jemand lust also link in der video beschreibung und nebenbei bemerkt auch die stadt frankfurt hat vor modellkommune für den legalen cannabis verkauf zu werden zusammen mit offenbach und weiteren kommunen im umland also auch da wartet man nur drauf dass endlich losgehen kann ganz was anderes passiert aber immer noch tatsächlich in deutschland ja bis jetzt hat sich das gesetz eben nicht geändert und eine meldung aus bayern die immer mal wieder kommt hausdurchsuchung wegen kleiner menge cannabis die polizei erwischt passanten hier in dem fall ein 23 jährigen gegen 23 oder 32 jährigen gegen 23 uhr personenkontrolle man findet eine geringe menge cannabis und dann wird noch ein rauschgift und tensil bei der anschließend durchgeführten wohnungsuntersuchung aufgefunden eine weitere geringe menge cannabis ja strafverfahren und so weiter insofern normal in bayern ja das ist immer wieder mal der fall hat das passiert und die polizei hat auch befürwortet ja und auch auf landesebene dann im prinzip rechtfertigt aber die meldung an sich ja das sonst hat man so hat immer dann nachher im kleingedruckten gelesen am ende des artikels außerdem gab es noch eine hausdurchsuchung hier bei der augsburger allgemeinen steht aber in der überschrift polizei durchsucht wohnung wegen kleiner menge cannabis und das ist natürlich schon so ein bisschen verwunderlich der bringt verwunderung rüber diese überschrift hat immer noch so ist und dann irgendwo steht ja ist halt noch nicht legalisiert auf jeden fall ist das eben punkt dann auch mit dem strafverfahren obwohl bei einem 32 jährigen dillinger nur wenige wenig marihuana gefunden wurde erwartet ihn nun ein strafverfahren wo man schon merkt der redakteur versteht eigentlich gar nicht so richtig verzollt überhaupt jetzt noch trotzdem das ist gelebte realität in deutschland deutschland ist bereit für die legalisierung und wartet noch darauf dass selbst bayerische polizisten aufgehalten werden davon irgendwie ständig die leute zu schrangelieren bleiben wir in bayern ein erstaunlicher fall von guerilla growing hat sich in bad reichenhall eignet auch eine stadt in bayern dann mal wieder irgendwelche spaßvögel nutzsamen ausgesät und die wachsen jetzt munter in einem in der mitte eines kreisverkehrs mit salzstreuer skulptur interessantes bild in medien und die bad reichenhaller wissen sicherlich welche kreuzung ich dann meine und jetzt habe ich den üblichen riesigen aufriss im weiteren verlauf des artikels erwartet ja riesen polizeieinsatz zuletzt in erfurt da zu den normalen streifen polizisten musste sogar noch die bereitschaftspolizei anrücken um da aus irgendwelchen rabatten neben der straße die ganzen handpflanzen rauszuholen tausende kleine setzlinge waren am ende die sie da irgendwie rausgezupft haben riesengedöns thüringer lka ist irgendwie mit involviert worden um bad reichenhall bayern was passiert jetzt da ich zitiere mal obwohl die cannabis pflanzen bislang nicht zum pflanzkonzept der stadt gehören plant die stadtgärtnerei die handpflanzen stehen zu lassen es droht keine gefahr und bislang stört sich niemand daran so der stadtgarten meister das cannabis darf also weiter wachsen und wird dabei vermutlich künftig mehr beachtung finden also das wirklich doll ja ich berichte jetzt hier seit etlichen jahren über solche guerilla growing aktionen von irgendwelchen leuten die da ansam aussehen und guck mir diese ganzen spekulationen dann immer in den zeitungen in den städten an ja ob das jetzt an saatgut liegt oder ob das jetzt irgendwie illegal angepflanzt wurde oder irgendwelche verunreinigungen vogelfutter ist auch immer ein hit naja und dann eben riesen polizei aktionen und zum ersten mal in der geschichte guerilla growing in den der faunus habe ich jetzt auf einmal hier in der stadt wo die einfach sagen ja kann stehen bleiben ja sowieso nutzer und wenig der erzählerin kann sich gar keiner mit berauschen interessiert keinen lass verstehen also das ist wirklich ein ding ja ausgerechnet in bayern ich nehme schon an dass jetzt ein super eifriger staatsanwalt das ganze doch noch verhindern wird und sagen wir müssen jetzt unbedingt wir müssen aber ich will aber jetzt eine riesen polizei einen satz im ausrupfen und so weiter ja mal gesehen aber trotzdem auch bad reichenhall hat sich nicht mehr anstecken lassen von holo jacks cannabis waren ja auch bad reichenhall ist bereit für neue wege in der cannabis politik offensichtlich ja und jetzt sind wir beim ortsgruppen funk schon angekommen und da geht es wieder los auch wuppertal hat wegen eines entsprechenden antrags darüber diskutiert ob wuppertal zur cannabis modellkommune werden sollte gemeinsam antrag von linken grünen und spd glaube ich ist noch vertagt worden jetzt richtung oktober aber unsere ortsgruppe bergisches land der hv bergisches land hat in der presse mitteilung das ganze kommentiert und ist schön zitiert worden in der wuppertaler rundschau unser sprecher frank vom scheid unter anderem mit diesem zitat zusammen mit vielen anderen städten in deutschland macht wuppertal damit klar dass es weiteren reform bedarf hin zu einem regulierten markt gibt und weitere zitate ja schönes beispiel dafür welche möglichkeiten der vorortsgruppen haben auch eben vor ort in den kommunen unmittelbar sich an solchen diskussionen zu beteiligen die zu fördern eben durch solche öffentlichen zitate eben reichweite zu erlangen und argumente unterzubringen und so weiter und das wird zukünftig vermutlich auch noch mal häufiger werden siehe frankfurt jetzt auch mal mit bürgern in kontakt treten will noch mal wissen will was denken die überhaupt und so weiter viele cannabis bezogene fragen werden auf die kommunen zukommen wenn diese gesetze jetzt in kraft treten und so weiter und da ist natürlich interessant wenn man interesse in interessenvertreter gruppe direkt vor ort hat jeder ansprechbar ist und ein bisschen beraten kann und so weiter fragen beantworten kann um dann am ende eben auch eine für konsumenten sinnvolle ausgestaltung der kommunalen cannabis politik der kommunalen umsetzung zu erreichen muss nicht eine dhv als gruppe sein gibt eben auch die ganzen clubs und so weiter ja aber dhv ist noch mal ein bisschen also geht es eben über diese clubs hinaus was jetzt cannabis politik angeht und lohnt sich aktiv zu werden auf jeden fall womit ich bei den terminen bin wo ihr aktiv werden könnt und zwar haben wir erstmal infostand der dhv ortsgruppe rhein-neckar in ludwigshafen samstag 9. september sonntag 10. september infostand in regensburg abschluss der duld ja regensburger wissen was eine duld ist und zum abschluss am sonntag ist noch mal ein dhv infostand dann der cannabis business expo und konferenz in dortmund im rahmen der inter tabak messe gibt es jetzt auch was zu cannabis business und das ist freitag 15 september bis samstag 16 und in münchen tritts die ortsgruppe freitag 15 september samstag 16 infostand der ortsgruppe münchen erste beim oktoberfest auch mal super ja oktoberfest geht los dhv stand stabil am start seit vielen jahren wunderbar samstag 16 september und in heidelberg haben wir einen offenen handtisch der gruppe wo die sich treffen am dienstag 19 september das war soweit für heute like dieses video abonniert den kanal drückt die glocke und ich wünsche euch noch einen schönen tag und ein großes am abt 8 0 8 0 9 0 Vielen Dank.